Vollheit, Dankbarkeit und Freude nehme ich heute stellvertretend für meine lieben Kollegen der AfD-Bundestagsfraktion diesen Preis entgegen. Es sind doch zwei weitere Kollegen von mir da und ich denke, ich spreche im Namen von allen, wenn ich mich nochmals wirklich ganz herzlich für diesen Preis, für diese Auszeichnung bedenke. Diese Auszeichnung ist für uns eine Ehre und erfüllt uns mit besonderem Stolz auch.